Moin und herzlich willkommen zu Dabonias Testwelt. Ich habe euch wieder die Neuheitenbox von World of Sweets mitgebracht. Stelle ich ja jeden Monat vor und auch jeden Monat verlose ich diese Box. Das heißt, ich packe sie gleich aus und danach brav und artig wieder ein und einer von euch hat dann die Chance, diese Box zu gewinnen. Was ihr dafür tun müsst, das lasse ich mir immer im Laufe des Videos einfach. Meistens möchte ich irgendwas zu irgendeinem Produkt wissen und dann könnt ihr mit in den Losttopf springen. Ansonsten Interesse an Mystery Boxen jeglicher Art und sollte es noch nicht geschehen sein, gerne den Kanal abonnieren, vielleicht auch die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr keine Videos mehr. Und noch mal eine kleine Anmerkung von mir. Wir haben jetzt Anfang September. Vielleicht schon mal, wenn ihr Interesse an verschiedenen Adventskalendern habt, schreibt mir gerne mal Vorschläge in die Kommentare. Ich bin ein bisschen schon auf der Suche. Ich habe sogar ein paar Kalender schon bestellt, aber ich möchte ja wieder so, ich denke mal, ab Ende Oktober kommen die meisten raus. Irgendwann im Oktober anfangen euch wieder Adventskalender vorzustellen. Also auch wenn ihr da mal irgendwie eine Idee habt oder sagt, Mensch, ich möchte gerne unbedingt was sehen, schreibt mir das in die Kommentare. Ich kann natürlich nicht versprechen, dass ich jeden Kalender kaufe und vorstelle, aber ich werde mir Mühe geben, wieder einen kleinen Mix reinzukriegen. Gut, wir wollen jetzt aber natürlich die Box auspacken. Wer die Box wirklich noch nicht kennt, der Name sagt schon Neuheitenbox, sind jeden Monat bringt World of Sweets diese Box raus. Anfang des Monats, da sind da manchmal Limited Editions drin oder wirklich ganz neue Produkte, die vorher noch gar nicht auf dem Markt waren. Die kommen dann hier rein, gesammelt. Man weiß vorher nicht, was drin ist. Diesen Monat hat sie 11,99 Euro gekostet. Ich glaube, das war wirklich die letzten Monate auch immer so um den Dreh. Sollen Warenwert diesen Monat von ich glaube 18,51 Euro sein. Also knapp 19 Euro Warenwert. Schauen wir jetzt auf jeden Fall mal rein. Wenn ihr euch die selber bestellen wollt, sei dazu gesagt, bei World of Sweets zahlt ihr leider immer noch Versandkosten dazu. Das heißt, ich mache es meistens, dass ich mir da noch irgendwas dazu bestelle oder manchmal auch mit jemandem zusammenlege, damit man das dann auch so ein bisschen kompensieren kann. Ich meine jetzt sagen wir bei meiner 11,99 Box, wenn ich dann auf die Versandkost oben drauf rechne, ja dann kann ich mir auf jeden Fall irgendwie später selber kaufen, dann habe ich auch gar keine Ersparnis mehr. Wir schauen mal. So. Sie ist zumindest bis oben hin ganz gut gefüllt. Hier ist auch auf jeden Fall schon mal ein Aufkleber drauf neu. Und zwar haben wir von Katjes Alpaca Cola Zitrone und Kirsche. Tatsächlich habe ich die schon in der Hand gehabt. Aber nicht aus einer Box. Mein Sohn wollte die letztens haben. Ich weiß gar nicht, wo wir die gesehen haben. Irgendwo habe ich die schon gesehen gehabt und habe die tatsächlich schon gekauft. Ist aber auch noch gar nicht so lange her. Na also Weingummi und kleine Alpakas. Als nächstes haben wir von M. Eukal Gummi Drops Vitamin Shot Sauer. Ich meine es wird jetzt demnächst kälter. Kann man das vielleicht ganz gut gebrauchen. Vielleicht das Immunsystem ein bisschen zu stärken. Und dann noch eine leckere Variante. Also ich persönlich mag saure Weingummi. Ist vielleicht aber auch nicht jedermanns Sache. Dann haben wir Maxi Nutrition Creamy Pour Protein Bar Peanut Caramel. Also davon habe ich persönlich schon sehr viele in verschiedenen Boxen gehabt. Ich mag die irgendwie gar nicht. Aber das ist ja auch Geschmackssache. Vor allem finde ich persönlich immer diese Caramel dann auch sehr 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 süß. Obwohl da ja eigentlich wenig Zucker drin ist. Aber gut. Also das wäre jetzt ein Produkt. Da finde ich es nicht so schade, dass ich die Box verlose. Bei dem beiden bin ich schon ein bisschen traurig. Also bei dem auch nicht unbedingt. Aber die hätte ich wohl auch gerne probiert. So. Als nächstes von Oatsom. Holladinuss Fee Smoothie Bowl Haselnuss Tonka. Da kann ich sagen, das ist nicht neu. Das habe ich nämlich schon mal gehabt. Und das ist sogar bereits schon mehrere Monate her. Aber gut, wenn man mal ein Produkt da drin hat, was nicht neu ist, finde ich, ist das auch vollkommen okay. Manchmal auch mal bei zwei oder drei Produkten. Aber das kenne ich persönlich. Ich persönlich mag es auch. Jetzt habe ich hier was Kleines von Wrigley's. Extra Minz. Strong Mint. Also ich wollte erst sagen Kaugummi. Nein, das sind kein Kaugummi, sondern kleine Pfefferminz-Bonbons. Von Trolli. Energy Balls. Loaded with Taurine und Koffein. Also nichts für Kinder. Auf jeden Fall. Es steht sogar extra hier drauf. Für Kinder von 0 bis 13. Also ich muss ganz ehrlich sagen, 14-Jährigen würde ich auch nichts Koffein-mäßiges geben. Oder einer 14-Jährigen. Aber gut. Also es ist auf jeden Fall bis zu dem Alter steht hier extra drauf. Das ist jetzt erstmal so. Und hier unten an der Ecke, weil ich sie so erkennen kann, sollte man also nicht an Kinder geben. Was ist das denn? Die sind richtig weich. Also die ändern mich ein bisschen daran. Dadurch, dass ich sie jetzt verlose, kann ich die Tüte natürlich nicht aufreißen. An diese, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die kommen meistens so, diese Glubschi-Augen von Trolli. So zu Halloween finden meine Kinder die immer ganz toll. So ungefähr fühlen die sich an. Kann ich mir auch vorstellen, dass die auch so ungefähr schmecken. Wir haben noch einen Riegel. Und zwar Snickers-Protein. Die machen jetzt auch Proteinriegel? Scheinbar schon. Auf jeden Fall haben wir einen Proteinriegel von Snickers. Da kann ich mir sogar vorstellen, dass er schmeckt. Wenn er dann auch so ähnlich schmeckt wie die normalen Snickers. Auf jeden Fall mit 10 Gramm Protein und 30 Prozent weniger Zucker. Das ist natürlich nicht schlecht. Dann haben wir von Mesma. Österreichische Apfel. Fruchtig süß nach österreichischer Art. Da würde mich jetzt tatsächlich interessieren, ob der österreichische Apfel anders schmeckt als der deutsche Apfel. Ich meine klar, die Sorten unterscheiden sich natürlich immer so ein bisschen geschmackstechnisch. Aber ob der jetzt so ganz besonders ist? Auf jeden Fall hier einmal ein Frucht. Der ist übrigens hier ein bisschen wahrscheinlich durch die Lagerung eingerissen. Also der die Gewinnerin hinterher nicht wundern. Ich war es nicht. War schon so im Paket drin. Und zu guter Letzt haben wir noch ein Produkt von Köln. Und zwar Crunchy Mango Maracuja Hafermüsli. Mit einer veganen Joghurt-Alternative auf Haferbasis. Ein Paket Köln-Müsli. Gibt es auch noch in zwei anderen Sorten. Und zwar, was ist das hier? Crunchy Berry Hafermüsli und Crunchy Waffel Hafermüsli. Haben wir hier hinten noch drauf. Da bin ich mir jetzt natürlich auch nicht sicher, ob vielleicht jetzt in jeder neuen Hartenbox wirklich diese Sorte enthalten ist. Oder vielleicht auch eine von den anderen beiden. Das weiß ich natürlich nicht. Gut, damit ist die Box aber ausgepackt. Was haben wir jetzt? Wir haben zwei, vier, sechs, acht, neun Produkte für 11,99 Euro. Finde ich vollkommen in Ordnung. Wie gesagt, für mich persönlich ist dieses Produkt jetzt gerade nicht neu. Kenne ich tatsächlich schon. Alles andere kenne ich aber auch so noch gar nicht. Bin ich auch ganz ehrlich. Also wieder eigentlich sehr gut gefüllt mit neuen Produkten. Schreibt mir natürlich gerne mal rein, wie ihr die Produkte findet. Und jetzt muss ich mir natürlich überlegen, was ich von euch wissen möchte. Ihr schreibt mir jetzt einfach mal rein, weil das war das Einzige, was mich jetzt so ein bisschen verwirrt hat. Ob ihr jetzt schon mal irgendwie in österreichischen Apfel gegessen habt und meint, der schmeckt anders als ein deutscher Apfel. Ganz einfach, schreibt mir das rein. Ansonsten dürft ihr natürlich auch gerne schreiben zu den anderen Produkten. Wenn ihr da irgendwie mir was sagen möchtet, schreibt mir das gerne rein. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben. Die Gewinnspielteilnahme oder die Bedingungen für das Gewinnspiel findet ihr wie immer in der Infobox. Damit sind wir dann am Ende. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.